Die Leopard-Variante entwickelt zum Brückenlegen. Der Brückenlegepanzer Biber, hergestellt von der deutschen Firma Krauss-Maffei-Weckmann, ist ein unverzichtbares Element im Arsenal mehrerer Nationen. Mit einem Betriebsgewicht von ungefähr 42.000 Kilogramm ist der Biber in der Lage, eine Brücke mit einer Länge von bis zu 20 Metern zu transportieren und auszulegen, dabei eine Last von bis zu 60.000 Kilogramm zu tragen. Dies ermöglicht das sichere Überqueren von schweren Fahrzeugen und militärischem Gerät. Wie auch andere Waffen und Ausrüstungen im Spiel meiner Beschreibung, ist der Biber mit einer Panzerung ausgestattet, die gegen Kleinwaffenfeuer und Splitter von Granaten widerstandsfähig ist und bietet so seinen Insassen Schutz. Er wird weitgehend von den Streitkräften von Nationen wie Deutschland, Dänemark, Norwegen und dem Vereinigten Königreich eingesetzt.